habt ihr die landung noch gesehen traumhaft schönen freitag zusammen ich verschiebe so ein bisschen meiner morgen routine jetzt hier aufs spazierengehen beim schönen wetter nämlich handgelenktraining hand auf hand zu hand auf hand zu kein scherz hoch runter hoch runter dann merkt man erst was also ich merke selber dass ich überhaupt keine power im handgelenk hat jetzt wollte hier ein bisschen rum macht das moment ist meine unterarme glühen eben schon bei twitter gedings getwittert also der hier immer einen tag rechter arm einen tag linker arm weil sonst kommt die disbalance im körper leute das ist auch ganz wichtig guck mal leute drei eichhörnchen aufeinander ich habe leider zu spät eingeschaltet ob wir es mir glaubt oder nicht dabei im gangbang das schlimmste was es gibt leute wenn man bei grün über die ampel geht und während ihr auf der straße seid wird es rot und dann kommt ein auto ruft euch einfach mal übertrieben an und knopft gegen die scheibe da will ich zum ziel immer noch grüße gehen raus an dich holle ich verstehe dich wenn man über die ampel geht und bist in der mitte und es ist also du bist das grün läuft rüber und auf einmal bist du in der mitte ist es holen und der andere autofahrer kommt und sagt ich kenne das alter das ist so heftig mann thanks